Wir haben einfach die Reste von der Pizza gegeben, die wir gegessen haben. Achso, na dann. Weiß nicht, ob das so gesund war, aber... Na, gesund ist das sicherlich nicht. Ja, er hat's gemocht. Jeder rund macht das. Siehste, also hab ich nichts Schlechtes getan. Weiß nicht, da war Käse drauf. Das ist natürlich ein Problem, ne? Obwohl, ne, also ich meine, mit den Resten meine ich Dingens. Die Kruste, die wir nicht gegessen haben. Oh, Käse. Wie kann man die Kruste nicht essen, Mann? Das verstehe ich nicht. Ich esse die am Anfang, wenn ich richtig Junge habe, esse ich immer die Kruste mit. Aber wenn ich irgendwann langsam satt werde, dann lass ich die mal weg, weil die mir dann einfach zu trocken ist. Irgendwann mag ich nicht. Ich weiß, es ist einfach so die ganze Zeit so leise und auf einmal kommt so ein Rülpser. Geil, ne? Das nächste Mal haue ich dich. Willst du, Alter? Komm her. Nee, hör dir. Also ich mach dich fertig. Du lernst salty. Was bin ich? Salty, salty, salty. Salty. Salty, ist das wirklich ernst? Ja, du verstehst die Bedeutung einfach nicht. Nö. Ja, also... Lass mich doch einmal salzisch sein. Ja, ja, ja. Boah, ich spiel gleich erstmal ne fette Runde Hotz. Guck mal, ey. Sekunde. Ja, Mike, machst du mit? Ja. Nee, ich geh gleich jetzt messen. Nee, Mike. Das geht nicht. Dann bist du raus. Rat nicht. Erik. Erik. Rat nicht. Erik. Ja? Erik. Ja? Hast du Bock auf GTA gleich? Nein. Ich habe im letzten Zeit einfach keinen Bock auf GTA. So, wieder da. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal meinen Fichten als Moderator wieder gerichtet werden. Was ist denn nach Livestreams schon wieder? Ich nicht, aber ich bin halt Moderator. Ich weiß, aber... Das ist ziemlich gay, muss ich sagen. Das ist das gay. Das ist einfach gay. Dann lass mich doch einfach meine Meinung sagen. Muss man denn alles heute Tage begründen oder was? Ja. Ich meine, wenn ich sag, Sven ist scheiße. Will er dann ne Begründung dafür haben? Sven, willst du das? Nee. Wisst ihr? Sven, Sven zum Beispiel. Sven ist auch ein Inder. Sven ist auch ein Inder. Eben. Inder brauchen nie eine Begründung. Den kannst du einfach alles sagen. Mach's so. Mike, was ist los, hä? Was haben wir denn Kabelzimmer da? Den brauch ich nicht. Ich hab' nicht getan. Er hoff' ich jetzt wieder gebraten, ein Fleisch zu schlagen. Hör du doch mal auf! Ich will nicht nur in die Richtung des Kabelzuns schlagen da hinten, wenn sie raus haben willst. Was findest du, Alter? Verpiss dich! Alter, nicht mit der Schaufel! Ja, ich will dir auch begraben! Fuck. Julian, das sagt man nicht. Echt mal... Mike, du Hurensohn! Hör auf damit! So ist besser. Er ist halt ein Hutenton. So. Oh nein, diese Lacher. Creeper, komm mal her! Komm mal runter! Oh nein! Aua! Komm mal rein! Komm! Wollen wir mal, Creeper, können die Leiter gar nicht runterkommen? Hm, na gut... Muss schon nicht so gebaut werden, aber egal. Ja, Kopf! Der will nicht runterkommen! Ja, dann bleibt er jetzt schön in deinem Lager drin. Hallo Zombie! Alter, bau bitte die Leitern wieder dahin, Mann! Ein Slime! Komm schon! Da fehlt ne Leiter, Erik! Jawoll! Da fehlt ne Leiter! Ich hab keine mehr! Wir waren nur drei! Vier Stück perfekt! Perfekt! Erik? Ja? Ähm, da ist ein Fleck vor unserer Haustür! Hier! 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 Ja, aber hier auch! In unserem Haus auch! Ja, aber guck dir das mal an! Wie geil das aussieht! Was sieht aus, wie so ein Toffifee! Haha! Nur andersrum! Nur andersrum! Ey Julian, du hast... Du hast ein Toffifee! Ich weiß! Voll geil! So, ich muss noch weitermachen! Diese künstliche Leistung gibt es... Warte! Toffifee, Junge! Das ist Toffifee! Da musst du nur eins geben für! Na, wo ist denn ein Eingang? Ja, gut! Toffifee, wir haben keinen Eingang! Hier gibt's keinen Eingang! Ich baue ja gratis! Ich baue jetzt gleich einmal! Mike, du könntest mir mal bei unserem Lager helfen, wenn du willst! Ja! So, komm! Hilf mal ein bisschen! Mach mal schneller hier! Julian, warum... Ach, äh... Ja! Immer auf Julian direkt schieben, ey! Was hab ich denn? Ich hab mal Julian gelesen! Schäme dich, Erik! Hilf mir einfach, Mike! Das benötigt du dir da noch so... Kabelsdorfer und alles Kabelsdorfer und dann Lager machen, oder nicht? Ja, mein Lager! Das ist aber unser Lager! Ja, also! Was machst du da? Mike! Was machst du da? Ich brauche zu! Was denn? Du machst scheiße! Das machst du! Alter, Mike! Ich... 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 Ver... Was ist die... ... What? Die Alleinste. Duチö!! Ich градotribe, der hat sich angeschlafen. Mike den Spitz hat gemacht das geht aber auf den Meinen cool ist das in Ernst du hast den Nether aus der auch heimlich da reingeht ne voll krass was für heimlich ich darf doch machen was ich will wahrscheinlich Lohn einfach so weggesnackt ja und der Typ sagt einfach nichts der ist einfach geheim was ist das Problem wenn ich einfach was mache ne aber wir sind immer zusammen mit dem Nether gegangen Erik hier ist ne Spitzsäcke jetzt ist alles anders ihr baut auch ein Gemeinschaftshaus alles ist anders er also ein das war was mache ich jetzt ich habe es nicht geplant zu gehen auch wenn ich es dann neu gemacht habe oder ich mache es um neu starten ich bin für zweiteres es geht alles zusammen mit nein mein erster geht euch euren eigenen Dias fahren ach so war auch nicht nur mit das wird gar nichts bringen was denn aber ich will nicht mit Mike Neather dann snackt er sich den ganzen scheiß weg und gib mir nichts ach deswegen will sie nicht mit uns Richtig dann sag das doch direkt Sven dann kann ich das ja auch verstehen aber einfach nicht zu sagen Alter wieso Alter du Alter Mo Moi wieso werde ich immer als Arsch hingestellt was will das denn Na Mike frag dich wieso erinnere dich an den Season 2 du Arsch wie du mich überraschst Junge da war ich gar nicht mit mit euch im Nether ja aber du warst ein richtiger Arsch das warst du nein doch du hast mich getrollt bis zum geht nicht mehr ja eigentlich aber hab ich es wenn hab ich Sven getrollt nein du hast mich gedroht ja das reicht schon weil es wenn sie zu machen ja Sven weil du mir gedroht hast mich zu verraten ich hab nichts gesagt ich du sagst was wenn du wenn du einmal scheiße bei mir machst dein Baum wird brennen so was hab ich davon ich hab davon nichts hab ich gemacht weil du von mir keinen Friedenspakt annehmen wolltest was du laberst Bullshit du hast mir am Anfang gar kein Angebot na hab ich dir eins angeboten du laberst Schwachsinn Eric wie langsam bist du denn man was willst du man jetzt verstehe ich warum ich mit ihm never gehen will ja richtig er soll ich du hast ich hab ich habe ich kann auch gerne gemeinsam mit dem Never in das irgendwelche eingebaut Ja toll was mach ich jetzt ja jetzt muss ich warten einfach Wie warten Warten worauf kommst einfach heute nicht mehr in den Nether Wer hat sich denn hier Erde abgebaut Kacke, warum machst du einen Server ohne Nether? Was soll der Scheiß? Ey, das wird immer so, wenn man sich einen Server stellt. Julian, hör auf die Erde hier bei uns abzubauen. Die macht unsere Tarnung am Arsch. Toll, was mach ich jetzt? Jetzt ist mein ganzer Plan über den Haufen geworfen. Alter, was ist dein Plan? Er hat das schon Pläne ohne mich. Ja, ich wollt, damit das nicht so langweilig ist, wollte ich in meiner Aufnahme in den Nether gehen. Das ist ein Albtraum, das kann nicht wahr sein. Sven macht was ohne mich. Er geht ohne mich. Jetzt start den Scheiß-Server neu. Siehst du, was für ein Arsch Sven ist? Maik, gehen wir wieder zusammen mit dem Nether? Ja, können wir machen. Danke. Danke. Oh. Und die Kobbelstone. Ja, warte, Sven. Wir bauen das jetzt nicht noch schnell. Nee. Oder sollen wir für heute aufhören? Wir können auch aufhören für heute. Dann machen wir das nächste Mal. Wir machen das in der nächsten Aufnahme. Sollen wir, oder? Ja, dann macht aber hin. Dann habe ich das nächste Mal nur noch 1,30 aufzunehmen. Dann kann ich mir das nämlich auch so besser merken. Ja, also siehste. Ja. Also wir sind fertig. Also ja, wir sind auch fertig, ja. Julian, äh, Maik, ist das dein Bett oder ist das Julians Bett hier? Mein Bett habe ich schon längst in meinem Haus gebaut. Okay, ja dann pack wieder ein Bett irgendwo hin. Ich liege im Bett. Ich liege auch im Bett. Hey! Du Wichser! Hoppla. Ich habe es aufgesammelt. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier reinstellen jetzt. In deine Bude. Irgendwo dahin. Du Wichser! Alter! Das ist nicht mehr lustig. Hier muss noch eine Leiter hin. Geh weg, Maik. Maik, geh weg! Alter, hau auf mich zu hauen! Alter, wieder direkt mit dem Schwert drauf geht der Wichser! Alter, ich sterbe! Alter! Junge, ich habe mich gerade voll erschrocken von dem Sonner. Oh, hörst du das? Alter, da hinten explodiert wieder alles. Warte mal, bevor wir aufhören, ja? Bevor wir aufhören. Na? Muss aber sagen, du, da jetzt kein gemischtes, äh, farbiges Holzhaus ist, dann sieht es schon besser aus. Ja, ich wohne mit dir. Ich bin der Kunden. Ich geh mal ein bisschen Sven besuchen, mal gucken, was er schon alles geschafft hat. Da, ich hab' viel geschafft. Weißt du, wir machen jetzt den Cut oder so? Ja, warte, machen wir jetzt doch. Mal los, Sven. Hui! 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 Da unten ist einfach nur ein Strip eingangen. Unter das Portal. Nein! Nein! Hast du extra den Neverstein abgebaut? Ja. Nicht, Alter. Nur weil ich jetzt mit Mike in einem Team bin, hast du keinen Bock auf mich? Warum? Warum? Ja, du hast gegen mich verschworen. Hä? Hä? Ich hab' die nicht so gepflanzt, du Vogel. Das ist trotzdem falsch. Da war der. Na! 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 Da muss die vier in einem Viereck aufbauen. Will ich euch jetzt machen, oder? Zwei Stück. Nein, aber das soll... Da sollen ja keine Bäume wachsen. Nein! Da muss jetzt ein Baum wachsen. Ja! Da sollen keine... Hier sollen keine Bäume wachsen. Dann mach ich das woanders hin! Gib mir her! Nein! Ich will hier noch mehr freimachen! Ja! Ich will hier das alles abholzen! Warte! Nein! Gib mir! Ich mach das nicht hier in deiner Nähe! Gib her! Ich weiß was ich mache! Nein! Gib mal her! Ja, bitte, bitte! Nein! Wir trollen! Nein! Bitte! Nein! Ich will das... Ach, Mann! Nein, 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 nein! Nein! Warum nicht? Nein! Ich will da aber... Geh da hin, wo du hingehörst! Sven ist ein Arsch! Du bist ein Arsch! Sven ist ein Arsch geworden! Du hast dich gegen mich verschworen! Habe ich nie! Du hast mich... Du hast dich... Penia, läuft bei dir! Du hast dich... Du hast dich mit dem... Mit dem... Mit dem Betrüger schlechthin verschworen... Verbündet! Hä, Alter? Ich hab mal gefragt, wer mit dem Haus bauen will, ein Projekt! Du hast Nein gesagt! Das war Grund genug! Ja, Alter! Also hast du dich gegen mich... Nein! Du hast Eiskalt durchgezogen! Hey, Mike! Auf unserem Haus wächst Schnee! Wächst Schnee? Ja! Wächst Schnee! Ja! Wir sind erwachsen! Ja, hallo! Jetzt machen wir Ende! Okay, ähm... Das geht nicht! Doch, geht! Nein! Ich bin im Bett! Es geht nicht! Ja, ich hab ein Problem! Ja! Kann ich ins Bett, weil Monster in der Nähe sind? Richtig! Und dann sag das doch, Sven! Ja, wenn ich sag, geht nicht, dann geht's nicht! Na, Pech gewöhnt, Mike! Pech! Irgendwo Monster in der Nähe! Ja, irgendwo drauf! Oh, jetzt alle runter vom Server! Ja, alle runter vom Server! Aber du musst uns die Absage machen! Ja, der Hund ist ein Zombie! Warum? Nein! Wir cutten einfach! Ist mir egal! Sag es zum nächsten Mal einfach! Nein! Nein! Wir sind mitten in der Folge, du Vogel! Nein! Oh, jetzt mach doch mal 1.30! Pssst! Pssst! Ja, wir sind jetzt nicht mehr bei 1.30, weil ihr alle überzogen habt! Nein! Das ist bei mir letztens auch! Habe ich auch gesagt! Pssst! 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 Ich muss eine Aufnahme haben! Alle runter! Ja, warte! Erik! Du auch! Ich habe es in der Aufnahme! Egal! Äh! Wenn du mich jetzt kickst, ne? Ich kick! Heiß das Krieg! Ja, ich warte schon bis du runter gehst! Ich will in der Aufnahme haben! Okay, spielen wir weiter! Die anderen zwei sind geläftet, sie sind für immer raus! Erik, unser Plan ist aufgegangen! Das war unsere Intention! So, weil Erik gay ist, ich... Der Klügere gibt nach! Genau! Haut rein! Ich bin jetzt diese Sache der Dumme! Oh, dann habe ich mein Mikro gemutet! Falsche Taste! Haut rein! Aufnahme rein! Aufnahme rein!